Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 67.600 US-Dollar. Wir haben gestern dann doch einen etwas größeren Abverkauf bekommen, bis sogar auf unter, ne, bis knapp 66.500 US-Dollar ging es nach unten hin. Wir haben kein tieferes Tiefgebild auf 4-Stunden-Sicht, was schon mal gut ist, zumindest für den weiteren Verlauf und für eine mögliche Short-Position, über die wir auch gestern schon mal geredet haben. Trotzdem ein bisschen ärgerlich, dass ich hier oben nicht Short gegangen bin. Mein Ziel war ja 69.300 US-Dollar, aber wie gesagt, ich mag am Wochenende keine Limit-Orders reinzusetzen und vor allem nicht mitten in der Nacht in irgendwelche Trades reinzugehen. Wir schauen uns auf jeden Fall jetzt mal den Markt komplett an. Das übliche Bitcoin, Ethereum, Gold etc. pp. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Ich habe gestern auch noch ein kleines Altcoin-Update-Video für euch gepostet. Kommt jetzt heute auch wieder eins und die nächsten Tage folgen auch auf jeden Fall noch ein paar weitere. Und wenn ihr das Ganze traden wollt, was wir hier besprechen, beziehungsweise auch kaufen wollt, die ganzen Altcoins etc. pp., könnt ihr das alles bei BingX machen, meiner Partner-Exchange. Wenn ihr euch über den Link da unten anmeldet, kriegt ihr einerseits ein paar Boni, andererseits unterstützt ihr mich auch damit. So, jetzt aber keine Zeit mehr verlieren wir gesagt Bitcoin bei 67.600 US-Dollar circa. Wir hatten gestern eben diesen Abverkauf ohne tieferes Tief. Das ist schon mal ganz wichtig. Wir haben nur die Liquidität unter diesen Tiefs hier abgegrast. Relativ okay, dass wir kein tieferes Tief mehr gebildet haben. Plus wir haben eine kleine Bullish Divergence auch noch reinbekommen, hier bei 66.500 US-Dollar. Also für den heutigen Tag sieht es gar nicht mal so schlecht aus, dass wir wieder unser Reversal reinkriegen und immer noch die Chance haben, ich ziehe jetzt das mal wieder ein bisschen weiter rüber, weil das immer noch so der grobe Plan ist, dass wir noch einmal nach oben hingehen, beziehungsweise hier in unserem Bereich von 69.300 bis ungefähr 70.000 US-Dollar und von hier aus dann erst eben die größere Korrektur dann in Angriff nehmen. Ansonsten, den Plan lassen wir jetzt erstmal so drüben noch stehen. Das ist jetzt auch so der weitere Fahrplan für uns, dass wir dann hier oben eben eine Short-Position aufmachen. Die Long-Position läuft ja sowieso noch. Manche haben sie sogar schon wieder verdoppelt. Das sieht eigentlich relativ gut aus. Und dann möchte ich oben nochmal eine zusätzliche Barrage-Divergence sehen und damit wir dann endgültig nach unten hin abverkauft werden können. Ansonsten hat sich News-Technisch auch gar nichts gemacht. Auch US-Wahlen und sowas tut sich momentan sehr, sehr wenig. Also die Marktlage an sich ist eigentlich relativ ruhig, dass wir jetzt nicht mit Riesen-Pumps oder mit Riesen-Dumps rechnen sollten. Trotzdem, wer hat es gerade gepostet? Ich glaube, Micha war es, hat es in der Gruppe gepostet. Trotz Cuts von den Benchmarks in China gehen die Aktienmärkte hier deutlich nach unten hin. Und das kann auch bei uns eben immer nochmal so ein bisschen Verkaufsdruck führen, weil wir auch im Endeffekt die US-amerikanischen Märkte, deutsche Line-Index sehr, sehr weit hoch sind und jederzeit das Potenzial dafür da ist für eine größere Korrektur, was natürlich dann wiederum Auswirkungen haben könnte aus Bitcoin. Deswegen, ich bin nicht davon überzeugt, dass wir in Richtung 80k hoch ballern. Für mich ist so zwischen 70 und 71, also diese komplette grüne Box, über die wir jetzt schon seit einer Woche reden, da ist bei mir Feierabend und genau da möchte ich dann auch im Endeffekt dann früher oder später dann short sein, um eben diese Gegenbewegung mitzunehmen. Planen weiterhin, dass wir in Richtung 63.000 US-Dollar erstmal runtergehen, wenn nicht sogar noch tiefer in Richtung 48.000 US-Dollar, aber dafür wäre es jetzt gerade noch ein bisschen zu früh darüber zu sprechen, aber es ist immer noch so in meinem Hinterkopf und ich würde es weiterhin nicht abschreiben. Ja, gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es da aus? Hier auch im Endeffekt den Plan lassen wir auch so. Auch wenn er gestern noch nicht eingetreten ist, nachdem wir hier schon bei 2765 rejected worden sind, gehe ich auch hier davon aus, dass immer noch dieses Ziel 2800 US-Dollar auf jeden Fall erreichbar ist. Genauso wie wir bei Bitcoin immer noch die 70k sehen können, könnten wir bei Ethereum dann auch die 2820 US-Dollar sehen. Da ändert sich also auch nichts an unserem Plan. Vier-Stunden-Basis. Ineffizienz möchte ich hier oben gerne oder gut und gerne gefüllt haben, bis maximal 2930 US-Dollar, also genau dieses Trade-Setup, was wir gestern besprochen haben, genau das möchte ich auch weiterhin so im Hinterkopf behalten. Und gleichzeitig auch mal noch einen Blick auf die Market Cap bei Bitcoin sehen. Wir sind am Pivot R1 jetzt erstmal rejected worden, also Support gefunden. Soviel zum Thema Altcoin-Season. Lasst euch davon nicht unterkriegen, wir sind immer noch in einem Run bei der Bitcoin-Dominance, beziehungsweise generell bei Bitcoin. Trotzdem Altcoins mit Bedacht kaufen, nicht All-In und jetzt irgendwie blind alles kaufen, was geht nur, weil wieder irgendjemand von der Altcoin-Season geredet hat. Da bitte ganz, ganz vorsichtig sein. So. Ja, ansonsten gibt es bei Ethereum nicht wirklich viel zu besprechen. Plan von gestern bleibt. Ich bin weder Short, ich bin weder Long. Ich warte hier oben auf meine Short Order. Und dann sehen wir weiter. Gehen wir rüber zu Gold. Da hatten wir dann gestern nochmal einen größeren Pump in Richtung 2704 und knapp 2740 US-Dollar. Dann kurzer Abverkauf auf dem Pivot, wo wir minimal im Plus waren. Und jetzt gehen wir wieder leicht nach oben hin. Also da bleibe ich jetzt auch erstmal dabei. Sollten wir hier kein neues Hoch reinkriegen, sieht es für unsere Short Order relativ gut aus, weil wir dann hier oben hier die 4 Stunden Supply Zone haben. bei eben oder beziehungsweise diesen Order Block haben plus eben Supply Zone, wo wir jetzt schon rejected worden sind mit dieser 4 Stunden Candle, dass wir dann jetzt hier endlich mal den Strukturbuch kriegen, auf den ich gewartet habe und dann eben diesen Fahrplan hier sehen sollten und dann tiefer und immer weiter runter in den Abverkauf sehen. Ziel von dieser Order beziehungsweise von unserem Short können wir auch mal ganz kurz einrichten. Den ersten Take Profit würde ich hier bei 2707 US-Dollar nehmen, den zweiten bei 2670 und den dritten hier unten bei 2654. Das wären nämlich jetzt so die nächsten FIP-Level, nach denen ich mich hier auf jeden Fall richten würde. Ansonsten, ja, RSI komplett überkauft mittlerweile, Volumen weiterhin zurückgehend. Also grundsätzlich, gehen wir nur danach, müsst ihr jetzt hier früher oder später langsamer die Korrektur einsetzen. Ja, gehen wir rüber zum DAX. Da gab es dann gestern im Endeffekt das allergleiche Spiel wie bei Bitcoin, wie bei Ethereum. Wir haben den Abverkauf gesehen, also kein höheres Hoch trotzdem. Fahrplan bleibt bei mir auf jeden Fall der gleiche. Hoch in Richtung 19.800 Punkte, beziehungsweise jetzt erstmal in Richtung 19.675. Das wäre unser letztes, gestriges Hoch jetzt erst einmal. Das möchte ich gerne holen und dann können wir vielleicht hier sogar schon über einen kleinen Short nachdenken, weil die Long-Position ja auch noch läuft. Also wir haben hier alle Möglichkeiten derzeit noch, um hier in Position eben reinzugehen. Ansonsten Euro gegenüber US-Dollar können wir uns auch noch ganz kurz angucken. Last but not least, tut sich gar nichts. Also hier sind wir dran gescheitert. Das war ja gestern das. Wir haben jetzt sogar noch mal ein tieferes Tief hier fast gebildet, aber nur die Liquidität abgegriffen. Also hier besteht sogar die Chance, dass wir jetzt hier im Laufe des heutigen Tages, beziehungsweise, nee, wir haben nicht mal ein tieferes Tief, vergess das, wenn ich es jetzt richtig sehe. Nee, wir haben kein tieferes Tief, also keine Bullish Divergence. Chance, dass wir doch noch mal ein bisschen tiefer gehen und genau auf diesen Pivot S3 dann runter. Das wäre jetzt die nächste Alternative. Vielleicht könnte man dann sogar noch mal eine kleine Long-Position wagen, aber ich weiß nicht, ob ich mich das traue nach letzter Woche. Nachdem der Euro so schiefgegangen ist oder als einziger schiefgegangen ist, muss ich das mal ganz genau beobachten. Im RSI haben wir schon ein höheres Tief, im Chart noch nicht. Also hier wäre es ganz gut, den S3 nochmal anzutesten und dann eben mit einem Strukturbruch nach oben hin, das heißt vom Bearischen ins Bullische, dann wirklich den Trend zu wechseln. Ansonsten seht ihr selber, wir befinden uns in einem klaren Abwärtstrend momentan. Ja, mehr gibt es momentan nicht zu besprechen. Ich werde mich jetzt noch an einen kleinen Altcoin setzen für euch, damit das heute auch noch rauskommt. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Wenn ihr nichts verpassen wollt, Telegram-Gruppe joinen. Da seid ihr immer auf den aktuellsten Stand. Bingings anmelden, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Wir hören uns auf jeden Fall dann morgen wieder zu einem Update-Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.